Das deutsche Woodstock soll es werden, dafür fliegt man extra Jimi Hendrix ein. Sonntag, 6. September 1970. Als der Starr am nächsten Morgen ankommt, scheint auf Fehmarn die Sonne. Doch während der bei seinem letzten Auftritt vor seinem... Das ist der öffentliche Auftritt von Jimi Hendrix in Deutschland. Das ist der öffentliche Auftritt von Jimi Hendrix. 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 Hendricks würde 28 in zwei Monate sein. Er war schuldig. Er hat gesagt, dass...